Guten Tag, sind es Ihnen es leid, sekundenlang craften zu müssen, nur am Ende eine wackelige Wackelaxt zu haben? Dann bleiben Sie dran, ich habe die Lösung für Ihr Problem. Doch zunächst, lassen Sie uns die Zeit stoppen. Das Herstellen einer Wackelaxt ohne Trick benötigt ganze 8 Sekunden. Vergeudete Zeit, sage ich Ihnen. Doch was ist das? Ist das etwa ein A-Knopf? In der Tat, probieren Sie während des Craftens doch einfach mal durch ein beherztes Doppelklicken auf die A-Taste aus, was geschieht. Moment, ging das Craften durch diesen kleinen Trick etwa um einige Sekunden schneller als zuvor? Lassen Sie uns noch einmal die Zeit stoppen. Wow, Tatsache, das Craften mit dem Doppelklick dauert nur noch 4 Sekunden. Das ist ja eine Ersparnis von 50% der Zeit und das pro Craften. Ich sage Ihnen also, nutzen Sie Ihre Zeit geschickter, nutzen Sie die Taste A. Ich hoffe, ich konnte Ihnen helfen und bis zum nächsten Mal, Ihr Dizzy. Dieses Video wurde präsentiert von der Taste A, der Kanal des Videos Gäms, ist es nicht jetzt nicht von jeglicher Annahme, für dieses Video sei Geld geflossen. Bei Fragen und Problemen wenden Sie sich an die Kommentarsektion und haben Sie Geduld. Vielen Dank.